Ladies and Gentlemen, ich denke ihr alle wisst, dass 5 Sterne das maximale Fahndungslevel in GTA 5 ist. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass ich es heute schaffen werde, ganze 1000 Sterne in GTA 5 zu bekommen? Ihr glaubt mir das nicht? Dann bleibt bis zum Ende dran, denn ich werde euch zeigen, wie ihr ganze 1000 Sterne in GTA 5 bekommen könnt. Und wie ihr diese auch wieder entkommen könnt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt möglich ist. Deshalb werden wir das Ganze heute herausfinden. Also, wenn euch das Ganze gefallen sollte, lasst lieber einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge GTA 5. So, Freunde, here we go. Wir sind endlich in GTA 5 angekommen. Und ja, ihr fragt euch jetzt alle Lumex. Warum stehst du auf einem Erdhaufen? Ich meine, das hat nicht so viel mit 1000 Sternen zu tun. Aber ihr werdet gleich noch verstehen, warum ich mich heute in einer so komischen Umgebung befinde. Ich meine, ja, sonst starten die Videos immer in einer richtig krassen Luxusvilla mit krassen Autos und so. Und heute einfach mal auf so einer Müllhalde. Aber Leute, was ist, wenn ich euch sage, dass sich in dieser Müllhalde einfach mal eine richtig krasse XXL Undercover Base befindet? Okay, ich weiß, ihr glaubt mir jetzt nicht. Deswegen werde ich euch das beweisen. Und zwar müssen wir dafür einmal hier in diese Garage reingehen. Oh, perfekt. Okay. Ja, ich weiß, sieht nicht besonders spektakulär aus. Ihr denkt jetzt, ich hab euch veräppelt, hä? Aber nein, Freunde, denn wir nähern uns einmal hier diesen Stromkasten. Und ich zeig euch mal was. Und zwar schaut ganz genau hin. Und, oh mein Gott. Ja, dahinter befindet sich einfach mal so ein Geheimgang. So, okay. Wir haben eine geheime Base. Ist ja alles schön und gut, Leute. Aber jetzt fragt ihr euch immer noch, Lumex, wie bekommen wir 1000 Sterne in GTA? Ich erklär euch das Ganze jetzt mal. Davor müssen wir uns aber erst mal ausrüsten. Denn wir brauchen nämlich als allererstes erst mal eine komplett andere Identität. Das heißt, wir können nicht mit unserem normalen Outfit hier rumlaufen. Sondern wir müssen uns erst mal richtig schwarz kleiden, hä? Damit wir das Ganze schon mal anonym machen können. Deswegen würde ich sagen, ziehe ich mich ganz kurz um. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Ich habe mich fertig umgezogen. Und ja, ihr könnt es schon sehen. Wir haben auch jetzt einfach mal eine Maske auf. Weil das, was wir heute tun werden, ähm, darf auf jeden Fall niemand mitbekommen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall unerkannt bleiben. Ich gehe jetzt auch direkt in den nächsten Raum einmal. Denn ich brauche noch ein paar Waffen, weil ich habe irgendwie gar keine Waffen dabei. Deshalb gehe ich jetzt hier noch einmal ganz kurz in meine geheime Waffenkammer und hole mir ein paar Waffen aus dem Schrank. So. Zack, ihr seht es unten links. Unser Loadout hat geladen. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch ein sehr gutes Equipment. Ja, jetzt fragt ihr euch immer noch, okay, was hat das jetzt mit 1000 Sternen auf sich? Ja, Leute. Der Part kommt jetzt. Denn es steht heute einfach mal ein übertrieben großes Event an. Und zwar findet heute einfach mal ein Interview mit dem Präsidenten aus Los Santos statt. Der hält irgendwo oben so eine Rede, wo auch sehr, sehr viele Leute anwesend sind. Und, ähm, also mein Plan war, dass wir den Präsidenten, ähm, so, also, so, bam, machen. Also, das ist mein Plan. Ich weiß, es hört sich schräg an. Wir wollen einfach den Präsidenten umbringen. Oh, aber das ist tatsächlich der einzige Weg in GTA, um einfach mal 1000 Sterne zu bekommen. Ich denke, jetzt könnt ihr meinen Plan schon mal grob nachvollziehen. Und jetzt hab ich auch schon viel zu viel rumgelabert. Ich bin schon viel zu spät. Wir müssen nämlich jetzt direkt in die Undercover-Garage, wo ich auch ein paar Autos geparkt hab. Das seht ihr hier jetzt gleich. Ich würd sagen, ich geh da mal ganz schnell hin. Und zwar müssen wir dafür einmal hier durch. Und jetzt sind wir auch schon in der Garage angekommen. Ich mein, guckt euch mal diese Undercover-Base an. Und ja, ihr seht, ich hab hier auch schon so ein paar Autos vorbereitet. Und ich weiß, auf den ersten Blick sieht das vielleicht wie ein normales Sportauto aus. Aber Leute, diese drei Autos sind einfach alle mal zu 100% gepanzert. Also kugelsicher. Da kommen keine Kugeln durch. Wir müssen uns dann nur einmal ganz kurz entscheiden. Also wir haben hier einfach mal so einen übertrieben krassen Lamborghini. Digga, das sieht aus wie ein Flugzeug, Junge. Dann haben wir hier nochmal so einen richtig krassen Ferrari. Boah, der sieht auch krass aus. Ihr seht auch schon das Kennzeichen. Einfach mal Killer, Leute. Weil wir werden heute was richtig Schlimmes tun. Und dann haben wir hier direkt nochmal ein BMW M8. Ihr müsst auch wissen, alle Autos haben über 1000 PS. Aber ich glaub sogar, Leute, wir müssen den BMW nehmen. Weil die zwei Autos sind halt Cabrio. Also es ist halt nicht so sicher. Da können wir halt so leichter getroffen werden. Und ich mein, wenn wir 1000 Sterne haben, kommen da wahrscheinlich tausende Polizisten, Militär und alles. Deshalb brauchen wir ein Auto, was komplett zu ist. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den BMW jetzt hier. Und steigen da mal kurz ein. So, und dann würde ich sagen, kann die Reise auch schon losgehen. Wir fahren einmal ganz kurz hier raus aus der Base. Digga, das ist so krass. Guckt euch das an. Einfach wirklich so eine Geheimbase hier. Mitten irgendwo um nirgendwo. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz aufs Handy schauen. Denn es ist gerade 14.29 Uhr. Um 14.45 Uhr beginnt tatsächlich schon die Rede vom Präsidenten. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Weil, soweit ich weiß, findet die Rede irgendwo hier oben im Observatorium statt. Ich glaube hier in dem Bereich. Das heißt, da müssen wir einmal hinfahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich meine, ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich 100 Sterne entkommen bin. Das war schon heftig. Wie viele, Bro? Wie viele? Oh mein Gott. Zieh durch, Bro. Oh mein Gott. Zieh. Was zur Hölle ging da ab, Bro? Leute, habt ihr das gesehen? 100 Sterne. Der komplette Laden war voll. Digga, guckt auf die Karte. Wie viele Polizisten das waren, Leute. Okay. Wir müssen jetzt richtig schnell durchziehen, Digga. Das Ding ist, Leute, wir müssen die Juveni jetzt auch irgendwo sicher machen. Digga, oh mein Gott. Die sind überall, Bro. 100 Sterne ist zu viel. Aber jetzt einfach nochmal das Zehnfache. Also 1000 Sterne. Digga, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber egal. Ich würde sagen, ich fahre mal ganz kurz da hoch jetzt. Und oh mein Gott, Junge. Das Auto war eine richtige Wahl. Guckt euch mal an, wie schnell das ist. Das sind auf jeden Fall richtige Killerwagen hier. Guckt euch das mal an, Leute. Ihr seht alles auch all in black mit getönten Scheiben. Dass wir hier wirklich komplett anonym sind. Und wenn ich nicht falsch liege, müsste das Auto sogar über 500 kmh schaffen. Damit wir hier heute auch perfekt ausgerüstet sind, um hier 1000 Sternen zu entkommen. Aber egal. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn wir oben bei der Rede angekommen sind. Okay, Leute. Wir müssten jetzt eigentlich so gut wie da sein. Also da oben müsste der Präsident jetzt eigentlich gleich seine Rede halten. Ich schaue mal, ob da schon ein paar Leute da sind. Es kann halt sein, dass das übel krass bewacht wird. Warte mal. Hii. Lol. Ist das Militär? Nein. Wartet mal, Leute. Das müssen wir uns ganz kurz anschauen. Lol. Oh mein Gott. Hä? Als wenn da einfach schon Militär steht. Okay, das heißt, dass der Präsident eventuell schon da ist. Ich meine, da ist Militär, Leute. Das kommt eigentlich nur, wenn richtig krasse Sachen anstehen. Deswegen, wir dürfen da nicht zu nah hinfahren. Wir müssen das Ganze ein bisschen von Distanz machen. Sonst sind wir direkt tot. Weil das Militär hat übel krasse Waffen. Das heißt, ich fahre mal so ein bisschen hier auf den Berg. Und oh mein Gott. Ich glaube, ich sehe es schon. Nein. Was geht da denn ab? Okay, Leute. Ich parke mal mein Auto jetzt hier oben so ein bisschen auf den Berg. Und jetzt müssen wir uns so ein bisschen ransneaken. Und erst mal ganz kurz so ein bisschen die Lage abchecken. Also, da unten war so Militär. Da hinten stehen auch überall Polizisten. Es sind auch schon übel viele Leute da. Und nein. Nein. Oh mein Gott. Wirklich, er ist da. Leute, da ist einfach der Präsident von Los Santos. Und er hält da gerade wirklich so eine Rede. Es sind auch übel viele Zuschauer. Die klatschen auch gerade. Okay, aber da vorne ist nur ein Polizist, glaube ich. Mehr ist da gerade nicht. Ich gucke mal da hinten. Okay, da ist auch noch... Oha, SWAT-Einheit ist da, Leute. Ihr seht, die haben das komplette Areal abgesperrt. Ich glaube, man kommt da auch nur rein, wenn man eine Einladung hat. Und das haben wir in dem Fall ja nicht. Wir gucken mal ein bisschen weiter vorne. Oha, der ist mit Limousine da. Und auch überall Polizisten. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, lasst uns nicht zu lang warten. Es ist langsam an der Zeit, schlimme Dinge zu vollenden. Ich glaube, hier sollten wir auch eine gute Schussbahn auf den Präsidenten haben. Und dann seid euch jetzt bitte bewusst, das ist der letzte Moment ohne Sterne. Weil sobald ich auf den Präsidenten schieße, müssten wir direkt 1000 Sterne bekommen. So, okay, Leute. Ich habe jetzt genug gelabert. Ich habe, denke ich, eine gute Position. Ich richte meine Waffe. Ihr seht, der Präsident ist noch am Reden. Ich würde sagen, ich zähle jetzt bis drei. Und dann drücken wir ab, okay? Seid ihr bereit? Eins. Zwei. Drei. Feuer. Oh mein Gott. Nein. Bruder, wie viele Sterne sind das? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, SWAT. SWAT ist direkt da. Guckt mal auf die Karte unten links mit den Polizisten direkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, 1000 Sterne haben die Laserwaffen. Wie viele sind das? Wir sind gleich tot. Junge, die haben Laser-Medikant. Was? Was geht hier ab? Guckt mal auf die Karte unten links. Hier, die schießen mit Laserwaffen, Bro. Helikopter. Alles da direkt, Leute. Wir müssen durchziehen. Wir müssen durchziehen. Digga, Leute, das ist viel zu krass. Guckt euch auch mal an, wie das aussieht. Wie viele Sterne das sind, Bruder. Es kommt direkt Militär, Leute. Hier, guckt euch das an. Einfach Militär. Unendliche Polizei-Autos. Und die schießen mit Laserwaffen, Bro. Seit wann schießt Polizei mit Laser? Digga, 1000 Sterne ist zu krass. Yo, die machen direkt Straßensperre. Bruder, wie viele? Bruder. Oh mein Gott. Digga, das ist nicht mehr Militärfahrzeug. Oh mein Gott. Junge, Riesensport-Autos. Ey, Leute. Junge, Helikopter, alles. Hier, guckt euch mal hinter mir, wie viele Autos da kommen. Junge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Autos auf einmal. Ey, Leute. Ich glaube, wir können jetzt nichts anderes machen, als irgendwie am besten an den Flughafen zu fahren und uns irgendwie einen Helikopter holen oder so. Weil ich meine, auf der Straße überleben wir das nicht lange. Ich meine, das Auto ist zwar kugelsicher, aber die schießen mit Laserwaffen. Und das habe ich nicht berechnet. Das kann halt sein, dass das Auto explodiert irgendwann. Digga, wisst ihr was? Ich steige kurz aus. Soll ich versuchen, die abzuballern? Ich hole kurz Minigun raus, Leute. Action. Yeah. Oh mein Gott. Boah, die haben Laserwaffe. Und ich habe auch das Gefühl, die haben viel mehr Leben, Digga. Hier, schaut mal. Wenn ich auf Körper schieße, wie viele Leben die haben, Bruder. Ich schieße mit einer Minigun. Abmarsch. Boah, da kommt direkt ein Riesenswad-Auto. Ihr seht auch unten links, es gibt jetzt so richtig dicke rote Punkte. Das sind so richtig krasse Fahrzeuge. Ja, die schießen mit Laser, Junge, Bro. Was geht unten auf der Karate ab? Das ist ja normal. Ihr müsst hier irgendwie weg. Das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele. Junge, mein Auto explodiert gleich, wenn die weiter mit Laser schießen, Junge. Ich meine, es kann ja niemand an, dass die bei 1000 Sternen mit Laserwaffen schießen, Bro. Okay, Leute, ich gebe jetzt Vollgas. Ich glaube, meine einzige Chance zu entkommen ist, dass ich hier meine Geschwindigkeit ausnutze. Und jetzt irgendwie schnell in den Flughafen runterfahre. Und da oben kommt direkt... Was ist das denn? Da ist irgend so ein blaues Fahrzeug. Ey, die packen mich ein. Bruder, was geht hier ab? Ey, beiseite mit euch. Junge, habt ihr dieses riesenblaue Fahrzeug gesehen? Was war das? Da sind selber gleich so 20 Leute drin oder so. Ja, Swat ist auch wieder da. Junge, komm bitte auf die Karte und wie viele Polizisten folgen mir. Okay, wartet, Leute. Ich habe eine Idee. Ich fahre kurz vor. Ich steige schnell aus. Ich nehme jetzt die vier Leute. Zack. Nimm das, Junge. Boah, weg mit euch. Oh mein Gott. Du auch, Junge. Boah. Und hier auch. Boah. Boah, Militär. Wie viele Leute sitzen da drin? Da sitzen gleich fünf Leute drin. Ja, genau. Boah, und ich sehe auch gerade. Schaut mal bitte unten links auf mein Leben. Junge, ich bin gleich tot. Wie viel Schaden machen diese Laserwaffen? Junge, guck doch auf die Karte unten. Ich habe nur noch 10 AP oder so. Digga, und diese kack Militärfahrzeuge. Junge, mach den Abgang. Boah. Einfach in die Luft gejagt, Junge. Bruder, was? Oh mein Gott, was ist das denn? Wir müssen weg hier. Was ist das für eine Straßensperre? Das sind einfach vier Riesensport-Autos gewesen. Ey Leute, ich sage euch, 1000 Sterne ist zu krass. 1000 Sterne ist viel zu krass. Okay Leute, ich fahre jetzt hier kurz durch. Ey, mein Speed bringt mir echt so einen Vorteil. Ihr seht. Und ihr Junge, macht den Abgang. Boah. Okay, wir müssen jetzt irgendwie zum Flughafen, Leute. Und da irgendwie einen Helikopter klauen. Weil auf Land halten wir es nicht mehr lange aus. Ich sage es euch. Ich meine, die schießen mit Laser, Bruder. Als wenn mal 1000 Sterne Polizisten einfach Laserwaffen. Okay Leute, ich lege jetzt nochmal ein paar Minie auf die Straße. Das wenn die mir hinterher fahren, ich die einfach alle in die Luft jagen kann. So seid ihr bereit, Leute. Achtend, es wird ihnen so einen Knall geben. Kommt doch, hä? Boah. Warte mal, was ist das denn? Was ist das denn? Die haben zwei LMGs auf dem Auto. Ja, ist klar. Einfach ein LMG-Auto. Junge, mach den Abgang. Weg mit dir. Okay Leute, wir sind am Flughafen angekommen, aber. Ey, lass mich durch. Nein. Die Sperre geht nicht auf. Wir sind drunter durchgefahren. Nein, geh auf, geh auf, geh auf. Oh mein Gott. Okay Leute, wir fahren. Wir müssen irgendwie einen Helikopter finden. Wir müssen jetzt irgendwie kurz gucken. Wo finde ich einen Helikopter oder einen Flugzeug oder irgendwas? Hier sind schon wieder 3000 Fahrzeuge am Flughafen, Bro. Ich meine, schaut unten links auf die Minimap. Das sind tausende Polizisten, Bro. Okay, hier ist ein Chat, Leute. Aber es dauert zu lange. Wir brauchen einen Helikopter. Ja. Okay, da ist einer, Freunde. Hier ist Helikopter. Hier ist Helikopter. Sehr gut. Okay, wir müssen jetzt schnell aufsteigen. Jetzt. Jetzt oder nie. Das ist unsere einzige Chance. Okay, ich hole schnell Minigran raus. Wir müssen nur kurz die Helikopter runterballern. Die halten uns sonst vom Starten ab. So, weg mit dir. Ja, und in der Zeit sind wieder 3000 Polizisten da. Okay. Junge, weg mit dir. Boom. Okay, wir müssen langsam rein in den Helikopter, Freunde. Junge, der hat sogar, glaube ich, eine Minigun oder was? Der hat sogar Waffen. Okay, wir sollten aber langsam mal abheben, Bruder. Es wird langsam knapp. Ja, wir fliegen. Okay, wir fliegen, Leute. Sehr gut. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich die Waffen benutzen soll. Wir müssen auch die Helikopter irgendwie abhängen. Okay, jetzt müssen wir wenigstens schon mal das What und das Militär los sein. Jetzt hängt uns nur noch die Polizei im Rücken mit ihren dummen Helikoptern. Aber okay, Freunde. Ich gucke jetzt mal, dass wir uns irgendwie in Sicherheit bringen können. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Und zwar habe ich einfach mal eine geheime Insel irgendwo um nirgendwo. Da mitten auf dem Meer. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt landen können. Und Bruder, was geht da unten am Steg ab? Bruder, wie viele Polizisten warten da auf mich, Bro. Junge, Eitos-Sterne ist einfach zu krass. Ich sage es euch. Aber ich glaube, unser Helikopter ist schneller als der Polizeihelikopter. Und die folgen mir unten auf der Straße. Schaut mal. Guck mal, die am Strand schillen. Hä, ihr Loser. Ich habe einen Helikopter. Okay, oh. Bruder. Ja, okay. Die haben Laser für die Gans. Ja. Leute, wir müssen runter vom Land. Ich fliege wieder raus aufs Meer. Ich fliege jetzt einfach auf meine geheime Insel. Da wird mich hoffentlich niemand finden. Und dann sind wir hoffentlich die Eitos-Sterne los. Das nenne ich mein Erlebnis. Okay. Die Sterne blinken sogar gerade, Leute. Das ist sehr gut. Das heißt, aktuell haben sie mich nicht auf dem Radar. Digga, mit Helikopter auf dem Wasser ist das echt easy, ne? So, das Ding ist, ich muss mal gucken. Ich bin mir gar nicht ganz genau sicher, wo die Insel ist. Und nein. Bruder, woher kommt ihr denn? Nein. Ich habe wieder Helikopter in mir. Bruder, wir müssen die Insel finden. Wo ist die Insel? Okay, Freunde. Die muss, glaube ich, da hinten sein. Ich sehe nämlich schon eine Yacht. Und ja, da ist sie, Freunde. Da ist die geheime Insel, von der ich gesprochen habe. Wir müssen da jetzt irgendwie landen, ne? Um irgendwie diese dumme Helikopter loszuwerden. Okay, Bruder. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. 1.000 Sterne Escape in GTA 5. Okay, warte, wir landen kurz. Die schießen doch wieder mit Laser auf mich. Digga, was ist das? Okay, landen, Freunde. Die Helikopter ist gelandet. Ich werde die jetzt alle so runterballern, ne? So, Minigard raus. Und jetzt weg mit euch, Junge. Erster Helikopter ist dead. Nächster Helikopter ist dead. Und du auch, Junge. Komm her. Wow. Ja, das war's mit dir. Da ist noch einer. Digga, wie schnell kommt das? Junge, jetzt ist mal Feierabend hier, Junge. Weg mit euch. Okay, ich glaube, die hätten wir erst mal weggeballert. Wir müssen jetzt schnell ins Haus rein. Bruder, ich muss, ich muss mich in Sicherheit bringen. Okay, die Sterne plinken wieder, Freunde. Wir sind aktuell nicht im Radar. Da kommt wieder ein Helikopter, Junge. Bitte, nein. Er darf mich, er hat mich gesehen. Du 31er, Junge. Ich schieße dich raus aus dem Helikopter, Junge. Headshot. Ja, da gehst du flöten. Oh, weg mit dir. Okay, wir müssen ins Haus rein, Leute. Wir müssen ins Haus flüchten. Digga. Aber was sagt ihr dazu, dass ich hier einfach so eine Privatinsel irgendwo und nirgendwo habe? Ich sage ja, ich habe mich auf den heutigen Tag gut vorbereitet. Okay, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Ich muss doch erst wieder ein bisschen Leben regenerieren. Okay, wir verstecken uns hier jetzt in unserer Privatinsel, Leute. In der Hoffnung, dass die Sterne weggehen. Und ich glaube, es klappt sogar. Ihr seht, es verschwinden langsam Sterne. Ich verstecke mich einfach hier im Schlafzimmer. Ich bin gar nicht da. Ja. Leute, die Sterne verschwinden. Es werden immer weniger. Ich bin gar nicht da. Ich verstecke mich nur in meinem Haus. Bitte, kommt schon. Verschwinde Sterne. Ihr müsst verschwinden. Kommt schon. Sie blinken immer noch. Kommt schon. Aber sie hat weniger. Es sind wahrscheinlich nur noch so ein paar hundert. Kommt schon. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Kommt schon. Ja. Let's go, Leute. Wir haben es geschafft. Wir hatten einfach 1000 Sterne in GTA 5. Und sind einfach alle entkommen. Wir haben es geschafft, 1000 Sterne zu entkommen. Digger, Bro. Junge, wir haben einfach komplett übertrieben. Leute, ey, das Video war richtig geil. Ey, ich hoffe, euch hat das Ganze auch so gefallen wie mir. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und schreibt gerne in die Kommentare, was sollen wir als nächstes hier in GTA 5 machen? Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Schöne wieder, Leute. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.